Das Residenz Pierre und Vakences Le Clos de Gisheim liegt in Egoesheim in Elsass-Lothringen. Das Residenz Pierre und Vakences Le Clos de Gisheim ist sehr beliebt unter den Gästen 100%. Empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 7 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,8 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 6 Sonnen von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 6 von 6 Sonnen. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,8 von 6 Punkten. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,3 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.